Dieses Buch heißt Stockmann. Er wohnt in einer Baumfamilie mit ihrer Frau. Drei Kinder, sie sind Holzstock. Da geht der Stockmann spazieren. Und da musste er aufpassen, weil der Hund ihn schnappt. Das Pärchen wird sich freuen, sagte er. Dann brankte er es zum Pärchen und er schmeißte es. Dann fangt der Hund es wieder auf und dann sagt der Polizist, nein, das ist verboten, Hunde werden angeleint. Dann fand er es ein Mädchen und sagt, jetzt mache ich ein Rennen. Und dann schmeißt er es im Fluss. Stockmann erschreckte. Da war er auf dem Fluss. Stockmann, pass auf, der Schwan. Der Schwan machte ein Rennen, ob der Stock in sein Nest passte. Der Stockmann sagt, ich bin Stockmann, ich bin kein Nest. Dann würde er das Nest verlassen. Der Stockmann ist frei. Er konnte an einer Schafenwiese vorbei. Achtung, Stockmann, der Sand. Der Mann brannte sich von ihm. Er nahm ihn und tut ihn an eine Burgfahne. Und diese steckte er auf dem Sand. Und da sagte er, ich bin kein Fahnhälter. Dann schmeißt er die Fahne weg. Und dann kam eine Frau und nennt ihn als Stock, wo die rote Tüte dranhängen sollte. Dann sagte Stockmann, nein, das will ich nicht. Und er sagte zum Nächsten, nein, ich bin auch kein Ritterschwert und auch kein Malstift und auch kein Beust und auch kein Schießerbogen und auch kein Reih und auch kein Schieß, der so... Es wurde Winter und ein Junge fand ihn. Er sagte, genau einer für meinen Arm. Dann tute er vom Schneemann am Arm. Und dann war er Stockmann ganz alleine und sagte, komme ich jemals zu meinen Frauen und meinen drei Kindern. Dann kam, er hat nichts mehr und gähnte. Dann ein Kind, ein Mädchen, fand ihn so wie ein Brennholz. Er nehmte es mit und das Mädchen, das andere, oder das, tute es im Ofen. Er schlaffte tief und fest. Aber dann rumpelt es und pumpelt und er träumte von Kindern und Frau. Dann rumpelt es und dann kam ein Schuh hinaus. Das war Nikolaus. Und dann sprang die Katze weg und er durfte mitfahren und konnte dem Weihnachtsmann beim Geschenken bei den Kindern helfen. Dann sagte der Weihnachtsmann endlich der letzte Kamin. Dann rumpelt es und rumpelt es wieder von zu Hause. War es ein Vogel oder war es Stockmann? Ich bin Stockmann. Ich bin wieder zu Hause im Glück. Und nun waren sie wieder zufrieden. Und dann bringe ich da. Ich bin noch nicht sicher oder zufrieden. Vielen Dank.